Im Hause Döger erwartet Sie ein engagiertes Team von Mitarbeitern, wie den Haarstyling-Ansprüchen jeder Kundin und jedes Kunden gerecht werden. Einzigartig ist seine Arbeitsweise, die sich durch Kreativität, Präzision und Extravaganz auszeichnet. Dank exklusiver Beratung wird die Umsetzung des neuen Haarschnitts für die Kundin und den Kunden leicht gemacht. Schließlich ist Ihr Haar Ihr ständiger Begleiter und ist es daher wert, entsprechend präsentiert zu werden. Mit einem neuen Hairstyling erhalten Sie das perfekte Wohlgefühl, das keine Wünsche offen lässt. Die richtige Pflege für jedes Haar ist Voraussetzung für das vereinfachte perfekte Hairstyling. Vom Hause Döger werden Ihnen auf Wunschtyp- und frisurengerechte High-Hair-Produkte für zu Hause empfohlen. For your creativity. Da die Anforderungen an Styling-Produkte in den letzten Jahren bezüglich Flexibilität, Vielseitigkeit, Pflege und Schutz gestiegen sind, ist für Lino Mara eine exklusive Produkte-Palette oberstes Gebot. Die Inspiration für neue Techniken und innovative Haar-Stylings holt sich das Döger-Team durch weltweite Kontakte und die regelmäßige Teilnahme an internationalen Events. Döger bietet verschiedene Seminare an, in denen Sie die innovative Technik des Haar-Stylings erlernen können und die Ihnen zudem neue Impulse für Ihre Arbeit geben werden.